Hallo ihr Lieben, mein Name ist Maren und lieben Dank, dass ihr wieder dabei seid. Ich habe heute einmal ausgetestet, wie sich Craft Mousse mit Embossing Foldern verarbeiten lässt und mir gefallen die Ergebnisse tatsächlich sehr gut. Ich habe hier drei verschiedene Farben von diesem Craft Mousse verwendet. Diese Ideen könntet ihr aber auch komplett umsetzen, wahrscheinlich mit Pigmentstempelfarbe oder auch mit jedwelchem anderen Mousse. Und ich habe auch zwei verschiedene Sorten Embossing Folder verwendet. Einmal diesen ganz normalen klassischen Embossing Folder 2D, wie es sie schon immer gab. Da habe ich hier dieses Modell mit den Wimpeln von Action verwendet. Und dann noch ein 3D Embossing Folder. Das sind die, die etwas dicker sind, die haben viel mehr Höhen und Tiefen drin. Das hier ist so ein Blumenmotiv von Altenew. Und am Ende des Videos sage ich noch kurz etwas dazu, warum diese Farben, wenn man sie dünn aufträgt, so doll schimmern und wenn man sie dick aufträgt, warum sie nicht schimmern. Denn mir ist eingefallen, manchmal liegt die Lösung sehr nah. Mein Mann ist Physiker und den habe ich einfach mal gefragt. Aber jetzt legen wir einfach mal los. Ich habe mir hier zuallererst diesen 2D Embossing Folder geschnappt. Da könnt ihr verwenden, was ihr möchtet an Embossing Foldern. Ich habe das Ganze mal jetzt auf schwarzem Cardstock ausprobiert. Und ich werde hier diese kleinen Schwämmchen verwenden. Das werdet ihr gleich bei Karte 2 noch sehen. Das habe ich am Anfang anders gemacht, mit dem Finger aufgetragen. Und das Ergebnis hat mir nicht so gut gefallen. Da könntet ihr sicherlich auch einfach ein Stückchen von einem Putzschwamm abschneiden oder so. Oder wenn ihr keine Pasten habt und Pigmentstempelfarbe verwendet, dann sind, glaube ich, hier diese Schwämmchen wahrscheinlich auch ganz gut. Denn Pigmentstempelfarbe, die würde ja sogar auch auf schwarz gehen. Und ich habe mir jetzt hier einfach mal, damit meine Paste nicht austrocknet, ein bisschen was auf meine Unterlage gegeben. Da war ich jetzt gar nicht mehr so besonders vorsichtig, weil die ist ja total wasserlöslich, was ich im Übrigen super finde. Also die bekommt man überall gut wieder ab. Und da hatte ich jetzt auch keinerlei Sorge, dass mir das jetzt hier irgendwie meine Unterlage unwiederbringlich beschmutzt. So, und jetzt gehe ich hier mit ganz, also kaum Druck. Ich gehe nur so ganz leicht drüber, weil ich habe versucht, zuerst nur wirklich die erhabenen Stellen einzufärben. Das hat bei mir nicht geklappt, denn hier sind ja schon sehr große Öffnungen dazwischen. Also wenn ihr ein Muster habt, wo jetzt diese erhöhten Rillen enger beieinander liegen, dann könnte ich mir vorstellen, dass das eher gelingt. Aber hier sind ja auch viele tiefe Flächen dabei, also zwischen den Wimpeln und so. Und darum habe ich das Ganze jetzt wirklich hier sozusagen einmal nur die Richtungen betont, wie die Wimpelketten hier verlaufen. Und bin da komplett einmal mit dem Schwämmchen rübergegangen. Das hatte den Vorteil, dass es auch wirklich sehr schnell ging. Und guckt euch mal an, der Farbauftrag ist sehr dünn und es schimmert wirklich toll. Es ist die weiße Farbe und auf dem Schwarz sieht es tatsächlich silbrig aus. Also finde ich sehr, sehr schön. Also das kann ich mir wirklich sehr gut vorstellen, das öfter mal zu verwenden. Und damit ist die Karte auch schon halbfertig. Da braucht eigentlich nur noch einen Schriftzug dazu. Jetzt probiere ich mal, wie sich das auswaschen ließ. Nein, habe ich noch nicht probiert. Probiere ich, glaube ich, bei der anderen Karte. So, jetzt habe ich hier noch versucht, diese kleinen Wimpellinien da noch einmal zu betonen und habe versucht, das irgendwie hier mit dem Pinsel nochmal zu betonen. Also ich glaube, das kann man sich schenken. Das bringt jetzt so ein bisschen was, aber da geht man auch leicht über die Linie bei drüber. Also wer da vielleicht irgendwie noch so Akzente setzen will, kann man machen. Habe ich mir jetzt hier geschenkt. Und war, glaube ich, hier für dieses Motiv nicht so besonders lohnenswert. Dafür bin ich da jetzt noch einmal mit einer zweiten Farbe, mit dem Goldton reingegangen. Denn das hier, auf der Höhe, möchte ich gleich meinen Schriftzug platzieren. Und das wollte ich irgendwie farblich nochmal so ein bisschen betonen. Und darum hat es da noch ein bisschen Gold draufgegeben. Als Gruß habe ich hier dieses Happy Birthday von Charlie und Paulchen verwendet. Das heißt Bundle, filigrane Texte, Set 4. Da gibt es halt verschiedene Sets mit verschiedenen Grüßen. Und da sind immer Stanzen dabei und Stempel. Und das habe ich mir gleich ausgestanzt, Gold embossed. Und werde jetzt ein paar davon übereinander kleben, damit das eben auch nochmal so einen 3D-Effekt hat, wie eben auch schon diese Fähnchen haben. Ich fand, das ging so ganz gut zusammen. Der Schriftzug bekommt jetzt noch ein paar goldene Aquarell-Sprengel in den Hintergrund. Ich fand, das machte sich ganz gut. Und das hier ist auch schon die fertige Karte. Die habe ich einfach auf eine Klappkarte gesetzt. Und ja, war schnell gemacht. Und ich finde, sie sieht echt toll aus. Also das ist eben, ja, dann so ein bisschen so ein improvisierter Look. Dadurch, dass das da einmal wirklich nur rübergewischt ist und man einfach diese großen Bewegungen mitmacht und jetzt nicht einzeln jedes Fähnchen für sich einfärbt. Wie gesagt, bei diesem 2D-Embossing-Folder ging das für mich nicht. Schreibt ihr mir doch mal, ob ihr das vielleicht auf einem Embossing-Folder mit enger stehenden Linien ausprobiert habt. Und wie das so war, das täte mich doch mal interessieren. Aber mir gefällt die Karte äußerst gut. Und sie war zudem noch schnell. Also das war doch mal schon ein guter Anfang, würde ich sagen. Für Karte Nummer 2 habe ich jetzt hier meinen 3D-Embossing-Folder genommen. Und da habe ich mir, weil das ja so ein großes quadratisches Motiv ist und ich nicht wusste, wo ich da schneiden sollte, habe ich gedacht, mache ich erst mal ein quadratisches Stück Papier und gucke dann nachher, ob ich das ganz verwende oder nur in Teilen. Das hier ist nochmal der Embossing-Folder. Und da möchte ich den Hintergrund so hellgrün haben. Das werde ich mir gleich inkblenden. Und diese Blümchen, die beabsichtige ich in lila mit der Paste draufzusetzen. Jetzt sprühe ich das Ganze von hinten noch mit Wasser ein, bevor ich es in meinem Embossing-Folder durch die Stanzmaschine kurbele. Denn bei diesen 3D-Embossing-Foldern kann es ja sonst sein, dass das Papier leicht reißt, weil die haben ja wirklich sehr viel Textur. Und da bin ich jetzt mal gespannt, wie sich die Farbe auftragen lässt. Und das hier war mein erster Versuch. Also das habe ich jetzt gleich erst einmal mit dem Finger gemacht. Ich bin jetzt zuerst mit etwas von dieser Paste am Finger darüber gegangen. Und ihr seht, dass das sehr intensiv ist. Also wenn ihr das mit dem Finger macht, empfehle ich euch, das tatsächlich vorher irgendwo einmal abzutupfen, damit ihr weniger am Finger habt. Ihr seht hier, das kann man viel besser steuern an der Stelle. Das gefällt mir besser. Und ich war mit dieser Art des Auftrages nicht wirklich zufrieden, weil man da eben so sehr ungleichmäßig was bekommen hat. Ihr seht, gerade da jetzt vorne, da war es dann wieder sehr dunkel. Und also mir hat es nicht so gefallen. Das ist dann wahrscheinlich individuelle Geschmackssache. Und ja, schreibt mal was dazu, wie ihr das so findet. Gleich im Vergleich zu Versuch 2. Also man sieht es hier in der Kamera nicht, aber es schimmert tatsächlich auch. Nicht so stark wie auf dem schwarzen Untergrund. Aber es schimmert auch. Aber ich fand irgendwie so diesen Abfall zwischen hell und dunklen Blüten nicht so toll. Also dass manche so doll betont waren. Aber das hatte jetzt irgendwie auch kein richtiges Muster und so. Also dass es jetzt nur an einem Punkt wäre. Und jetzt habe ich mal probiert. Ich habe das Ganze erst durch die Embossing-Maschine. Also nein, mit dem Embossing-Folder embosst. Ihr wisst, was ich meine. Und Inkblende jetzt. Ich wusste nicht, ob das gut ist, weil sich da ja die Tinte immer so ein bisschen an den Rändern fängt. Und natürlich dann eben auch an den Blüten. Und die möchte ich ja aber eigentlich gleich noch in Lila einfärben. Auf der anderen Seite habe ich gedacht, wenn da noch so ein bisschen Grünlicht dran ist, dann hat das fast wie so ein Hortensien-Touch. Also das hier ist ja eher Zierlauch, wenn ich mir das so angucke. Aber, oder soll das eine Hortensie sein? Ich glaube, das ist Zierlauch. Naja, also hier direkt aus der Schachtel, also aus der Dose da, ging das nicht so gut. Meine Paste war irgendwie ganz schön pampig, sage ich mal. Also das hatte irgendwie so eine eher viskosere Oberfläche. Und ich weiß gar nicht, ob man das jetzt sieht, dass ich mir das gleich vorher nochmal irgendwo abtupfe oder so, wie ich das gemacht habe. Ja, guckt mal hier, da. Da habe ich mir das zusätzlich, das ist schon ein Schwämmchen, ist vorher abgetupft. Und dann wird es wirklich ganz zart. Und da hat mir der Auftrag tatsächlich ganz gut gefallen, weil ich nicht diese ganz starken dunklen Töne hatte. Und wenn man das jetzt will, kann man da ja nochmal drüber gehen. Und man bekommt jetzt auch nicht so viel daneben. Also das fand ich jetzt bei den 2D-Wimpeln vorher, fand ich das noch in Ordnung. Aber hier für diese Blüte hätte ich es irgendwie doof gefunden, wenn man jetzt alles irgendwie quasi drumherum alles lila macht. Also da wollte ich wirklich schon jede einzelne Blüte betont wissen. Mir persönlich gefällt das so etwas kontrollierter mit diesem kleinen Schwämmchen besser. Also man bekommt natürlich trotzdem auch ein bisschen auf den Untergrund. Es wird nicht so super akkurat. Aber für mich war das so wie ein anderer Toleranzbereich. Es sah nicht ganz so wild und zufällig aus, nenne ich das jetzt mal. Und dieses Ergebnis hier, mit dem werde ich gleich weiterarbeiten. Ich war jetzt gespannt, ob ich mein Schwämmchen auch ausgewaschen bekomme. Und so hat das Ganze nur mit Wasser ausgespült ausgesehen, noch ohne irgendwelche Seife oder so. Also man sieht es hier glaube ich nicht ganz so scharf. Es ist nur ein kleiner rosa Hauch noch drin. Ließ sich super reinigen. Das fand ich echt top, muss ich sagen. Hier sind nochmal schnell beide Teile im Vergleich, damit ihr nochmal den Unterschied sehen könnt. Links ist der Handauftrag mit den leicht dunkleren Blüten dabei. Also das kann man, wenn es gewollt ist, sicherlich auch irgendwo gut einsetzen. Ich fand für dieses Motiv hier tatsächlich dann aber dieses etwas gleichmäßigere besser. Für diese Karte habe ich mir hier dieses Stempelset von Charlie und Paulchen ausgesucht. Auch wieder so ein Bundle. Das heißt filigrane Texte Set 11. Ich erwähnte ja bereits, dass es davon mehrere gibt. Ich habe nicht alle. Ich habe mir ein paar rausgesucht, von denen ich dachte, dass ich die wohl gelegentlich mal verwende. Und an der Stelle hätte ich es gerne irgendwie hier auf meiner Karte. Und das möchte ich jetzt aber gar nicht ausstanzen. Sondern auf einen Streifen embossen. Und zwar werde ich das klar embossen. Und da möchte ich dann auch nochmal mit meiner lilanen Mousse drüber gehen, um zu gucken, ob man das auch wieder von Embossing-Farbe abbekommt. Also wenn ich da jetzt gleich rübergehe. Also ob man damit quasi auch einen Emboss-Resist machen kann, dass sich die Embossing-Farbe wieder daraus hervorholen lässt. Hier trage ich jetzt die Farbe wieder mit dem Finger auf, weil wir ja keinen Hochtief haben. Wir haben ja nur die embosste Schrift. Also man hätte das Ganze auch umgekehrt machen können. Erst die Farbe auftragen und dann darauf heiß embossen. Das habe ich ja schon ausprobiert. Das scheint ja super zu funktionieren. Aber dann hätte ich halt weiß nehmen müssen. Und ich wollte jetzt aber einfach sehen, ob man es denn auch davon abbekommt. Und ihr seht schon, das trocknet immer so leicht schon am Finger an. Also darum wird das nach innen immer so ein bisschen heller. Und nach außen hat man wie so einen Rand. Das kann man wahrscheinlich auch super für irgendwelche Effekte nutzen. Und ihr seht schon, dass langsam die Schrift beginnt, sich abzuheben, auch wenn die sich leicht mit einfärbt. Aber das werden wir gleich auch noch entfernen. So, jetzt nehme ich erst mal Maß und gucke mir das Ganze an. Und irgendwie ist mir da die Idee gekommen, dass es bestimmt auch ziemlich cool aussieht, wenn das in Lila ganz einmal drüber geht. Und sogar für die Blüten drunter denke ich mir gleich noch was anderes aus. Und um das jetzt hier abzumachen, das trocknet wirklich sehr schnell an. Und da habe ich Folgendes gemacht. Also mit einem Tuch abreiben ging nicht gut. Damit hat man die Mousse wieder vom Papier genommen. Das wollte ich nun auch nicht. Und darum gehe ich mit einem feuchten Pinsel auf jeden Buchstaben und mache das jetzt mit so einem Q-Tip da ab. Also da ist es sicherlich einfacher, wenn man nachher dann einfach einmal komplett in Weiß drüber embosst, als das hier so minutiös da wieder raus zu poolen. Aber es lässt sich machen, weil es ja wasserlöslich ist, das Ganze. So, und hier möchte ich jetzt gerne, ihr seht, das verdeckt eben so halb die Blüten. Und da ist mir die Idee gekommen, dass ich da einfach Schnitte reinsetze, dass sich die Blüten quasi draufschieben oder besser gesagt, dass sich mein Banner mit der Schrift drunter schiebt, unter die Blüten. Und das sieht nachher richtig toll aus. Also ich muss mich entschuldigen, es wird gleich immer wieder mein Kopf beziehungsweise meine wuscheligen Haare im Bild sein und nimmt für so etwas immer einen scharfen Cutter. Meiner, habe ich direkt am Anfang gemerkt, ist nicht scharf genug und da habe ich jetzt was abgeknipst und meine Zange scheint magnetisch zu sein, das wollte nicht ab. Ich empfehle immer irgendwie so ein kleines Gläschen am Schreibtisch zu haben für irgendwie abgebrochene Nadeln, Cutterklingen. Ihr seht, ich habe da auch noch Spritzendinger drin gehabt, also wenn man so dünnen Kleber spritzt oder so. Alles, was scharf und doof ist, weil das kann euch leicht die Müllbeutel zerschneiden oder wenn man nochmal was nachstopft im Mülleimer, nicht, dass man nachher in der Klinge landet. Das wäre unschön. Also für mich hat sich hier so ein kleines Sammelgläschen total bewährt. Und ihr seht, dass ich jetzt hier nicht so ein ganzes Motiv, sondern eben nur so ein bisschen ausschneide und auch das könnt ihr eben, je nachdem, was ihr für einen Embossing Folder habt, da müsst ihr einfach mal schauen, ob sich das auch bei euch bei so einem Motiv verwirklichen lässt. Das kann man ja sogar auch bei geometrischen Motiven machen, dass meinetwegen irgendwo mittendrin eins so halb rausgeschnitten ist. Jetzt seht ihr, was ich meine, mit halb rausgeschnitten. Also so wird es da nachher drunter sein und das ist schon die fertige Kati. Ihr seht, oben habe ich auch noch ein bisschen was angeschnitten und ganz links auch und mir gefällt sie richtig super. Also man sieht hier in der Kamera bei der Farbe immer noch nicht so richtig toll, wie es glänzt. Aber ja, so ein bisschen. Aber ich finde die von der Farbigkeit total super und das mit diesem halb ausgeschnittenen, das gefällt mir auch richtig gut, muss ich sagen. Und also die finde ich richtig toll. Also da war ich sehr froh, dass mir das irgendwie, dass ich da so eine Eingebung hatte, das auszuschneiden. Die ist nur ein bisschen aufwendiger, aber nichtsdestotrotz ist das, glaube ich, eine ziemlich tolle Idee für ganz verschiedene Anlässe und wie gesagt, lässt sich sicherlich mit ganz, ganz vielen verschiedenen Embossing-Foldern umsetzen. So, und jetzt nochmal ein kurzer Exkurs hier, warum diese Farben, diese Pasten, jetzt so wunderbar glänzen, wenn man sie dünn aufträgt und warum sie fast matt erscheinen, wenn man sie dickpastos mit dem Spachtel aufträgt. Dazu habe ich neulich meinen Mann befragt. Der ist Physiker und kennt sich ja nun mit so etwas aus. Da habe ich gedacht, Mensch, das Gute liegt so nah, fragen wir ihn doch mal. Und er hat meine Vermutung bestätigt. Und zwar ist das folgendermaßen, dass, wenn man jetzt eben viel Produkt aufträgt, wie hier, dann sind die Glitzerpartikel sozusagen in ganz viel Füllstoffen vergraben und es glänzt ja nur, wenn Licht drauf fällt. Und die Paste lässt aber nicht so viel Licht durch, denn das sind ja kleine Glimmerstückchen, sei es nun Metall oder so etwas, was reflektiert und das reflektiert ja das Licht. Und wenn man es jetzt dünn aufträgt, dann sind ja quasi viel mehr Metallpartikel im Verhältnis an der Oberfläche. Also man hat nur noch so ein bisschen Binder, der eben macht, dass das Ganze nicht vom Papier abfällt. Und man hat nicht mehr so viel Füllstoff. Und das heißt, mehr Metallpartikel von diesem Glimmer liegen an der Oberfläche. Das heißt, mehr Licht kann drauf treffen und auch reflektiert werden. Und darum glänzt es mehr. Nur für diejenigen von euch, die sich darüber auch gewundert haben und die das vielleicht interessiert. So, und damit sind wir auch bereits am Ende dieses Videos angelangt. Schreibt ihr mir doch mal, ob ihr auch schon einmal mit dem Finger aufgetragen habt oder auch schon Schwämmchen benutzt habt und für was ihr euch entschieden habt. Ja, und wie ihr das so seht, ob ihr d'accord damit geht, wenn auch so ein bisschen der Hintergrund mit eingefärbt wird. Ob das so ein ganz ein bisschen vielleicht so ein Distressed-Look hat dann oder ob ihr das lieber auch so ein bisschen geordneter mögt. Ja, ist ja vielleicht eben auch projektabhängig, aber schreibt mir doch mal was dazu. Da bin ich sehr interessiert dran. Ich danke euch fürs Zusehen, wünsche euch ganz viel Spaß beim Basteln und mindestens eine Folge kommt noch. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020